So, und jetzt geht es ein bisschen frostiger weiter, aber Sie alle haben es gemerkt. Jeden Morgen ist es richtig kalt und es wird jetzt täglich kälter. Wir merken das. Morgens friert mal, mittags kommt die tolle, tolle Oktober-Sonne raus. Da ist es wieder richtig warm. Da merkt man, ich habe ja eine viel zu dicke Jacke dabei. Aber hier haben wir jetzt eine Jacke, die Sie begleiten wird von diesen Tagen, die einfach auch zu verstauen ist, wenn man sie mal nicht braucht. Aber die auch für die Wintermonate, wenn es richtig kalt ist, bestens geeignet ist. Und Kathi, Sie sind ja so angenehm und leicht zu tragen. Man fühlt sich sofort wohl darin, oder? Man fühlt sich sofort wohl. Und ich bin total begeistert, als ich die Jacke das erste Mal gesehen habe. Ich habe mir direkt eine in schwarz gekauft. Ich habe auch die schwarze, ja. Ich habe meinem Mann auch eine schwarze gekauft. Meine Freundin hat das gelbe Modell. Mein Bruder möchte gerne das blaue Modell haben, da muss ich noch mal eine mitnehmen. Ich habe direkt gesagt, wir haben eine neue Lieferung bekommen. Er hat gesagt, ja, bring mir direkt eine blaue mit, möchte ich auf jeden Fall haben. Weil das sind tolle Übergangsjacken, die wirklich auch sehr, sehr warm sind hier, weil wir einen fantastischen Materialmix haben. In dieser Jacke, es ist so eine Sommerdaune, nennt man das umgangssprachlich, sind 90 Prozent Daunen, 10 Prozent Federn. Das macht das Ganze federleicht, wie du gerade gesagt hast. Dieses Wohlfühlen, dieses Anziehen und direkt Wohlfühlen, das ist hier bei der Jacke gegeben. Was schön ist, und das wurde mir mehrfach bestätigt, weil ich habe die Jacke letztes Jahr auch verschenkt, sind die unglaublich großen Taschen, innen als auch außen. Da kriegst du auch richtig mal was unter. Wir kennen das alle, Taschen sind wichtig. Hier kriegst du fast den ganzen Einkauf, wenn du unterwegs bist, in die Taschen rein. Du musst gar keine extra Tasche mitnehmen. Vor allem mit Reißverschluss. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil hier sehen wir es auch gerade, die schwarze Jacke jetzt für Sie gerade eingeblendet, 66,41 Euro. Das Tolle ist, du hast hier rechts und links die Reißverschlüsse, kannst wunderbar mit der Hand reingehen, kannst auch mal einen Schlüssel oder ein Handy reinstecken, auch wenn man die jetzt vielleicht einmal zum Spaziergang, wie wir es hier sehen, anzieht, oder dann auch mal auf dem Weihnachtsmarkt an so einem leichten Tag. Das ist toll, wenn du die Taschen schließen kannst. Wir haben die drei Farben für Sie. Momentan sehen Sie das schwarze Modell eingeblendet. Das haben wir selbstverständlich in unterschiedlichen Größen, von Größe S bis Größe XXL für Sie im Angebot. Wir zeigen Ihnen selbstverständlich auch noch mal eine Übersicht mit allen Größen. Und diese Jacken sind selbstverständlich quasi gleich. Die Farbe unterscheidet sich nur. Deshalb müssen Sie jetzt schauen, möchten Sie eine schicke schwarze haben oder eine blaue oder dann dieses tolle gelbe Modell. Sehr, sehr schick, absolut modern und unglaublich leicht zu sagen. Was ich auch schön finde, ist einfach diese Mütze, die dabei ist, die ich aber auch jederzeit per Reißverschluss abnehmen kann. Und das ist so ein Komfort, den gönne ich mir eben, wenn es mal regnet, dann habe ich die Mütze dabei. Ansonsten, oh, danke schön, Frau Steiner, machen wir das ab und lassen es zu Hause oder stecken es einfach in die Tasche. Jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen anhand der Mütze, und das gilt für die ganze Jacke, kann ich nachher auch gern zeigen, wie klein ich das zusammenfalten kann. Gucken Sie mal, das ist so, ja, das ist überhaupt nicht mehr sichtbar. Das stecke ich jetzt in die Innentasche und habe mein Regen-Cape, also meine Mütze, immer mit dabei. Und das ist das Sensationelle. Ich liebe diese Jacke. Ich habe sie natürlich über den Sommer jetzt im Schrank gehabt, aber jetzt wird sie wieder rausgeholt. Heute Morgen habe ich sie zum ersten Mal wieder angezogen, nachdem ich gestern so fürchterlich gefroren habe. Mein Mann ist heute Morgen mit der Jacke zur Arbeit gegangen, deshalb ist es eine super Sache. Und Ralf hat selbstverständlich recht mit dem Zusammenfalten. Hier sehen wir nochmal alle Größen in der Übersicht. Welche Größe trägst du gerade, Katrin? Ich trage S. S. Also, ich trage jetzt im Moment XXL, wobei ich sagen muss, ich habe da noch ein bisschen Platz. Also für mich hätte jetzt auch XL gereicht. Aber nur, dass Sie mal die Größen einschätzen können. Hier bitte die Bestellnummer. 13,26 bis 13,30. Je nach Größe. Ihre Größe raussuchen. Der Preis ist überall gleich. 66,41 Euro. So, jetzt machen wir mal die Schwarze zur Seite. Willkommen zu deiner blauen oder lilanen. Ich meine, wir Männer sind da immer, sind da noch gar nicht so geschult drin. Ich möchte mal zeigen, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, man kann die so schön zusammenpacken. Sie haben so ein kleines Beutelchen mit dabei bei jeder Jacke. Ist direkt hier vorne quasi verbunden. Und in dieses Beutelchen, man glaubt es gar nicht, passt die gesamte Jacke rein. Das geht wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das natürlich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Man stopft die da einfach rein. Schauen Sie mal. Das ist unglaublich. Ich habe es nicht geglaubt im ersten Moment. Nein, die meisten haben zu mir gesagt, das kann doch gar nicht sein. Sag ich, doch, du kannst die Jacke wirklich ruckzuck wegpacken. Das macht sie halt ideal, um sie auch mal mitzunehmen. Wenn man denkt, oh, ist es so ein Tag, brauche ich eine Jacke, brauche ich keine. Schau, und dann verschwindet die hier. Oder jetzt im Moment ist es ja wirklich so, dass du morgens eine brauchst, aber mittags nicht mehr weißt, wohin mit der Jacke, weil es zu warm ist. So war es gestern, so war es vorgestern, so wird es wahrscheinlich auch heute sein. Und dann hast du sie eben klein und kompakt, kannst sie ganz einfach mit ans Handschäschchen stecken oder am Handgelenk rumtragen. Auf jeden Fall keinen schweren Ballast. Viele haben ja so richtig schwere, dicke Winterjacken oder halt auch Übergangsjacken. Und dann hängst du die über die Schulter, hast die ganze Zeit Ballast bei dir. Das kommt bei dieser Jacke nicht vor. Und wichtig ist, die sind alle Unisex. Das ist also für Männlein als auch Weiblein bestens geeignet. Es kommt bei Ihnen nur auf die Farbauswahl an. Jetzt hatten wir gerade die ganzen Bestellnummern für schwarz, aber das Gleiche gilt natürlich auch für blau. Da nochmal alle Bestellnummern, wenn Sie sich es gesagt haben, jawohl, schwarz möchte ich unbedingt von der NX1326, 569 bis hin zur NX1330 und der 569 die verschiedenen Größen. Wie gesagt, ich habe im Moment XXL, hätte aber noch ein bisschen Platz. Also mir hätte auch XL gereicht. Möchtest du mal eine XL anziehen? Ja, kann ich ja. Hier ist nämlich auch eine XL. Dann wechseln wir doch mal. Das ist eine XL in Gelb. Moment. Dann können wir hier mal durchwechseln. Sie möchten ja auch alle Jacken mal gesehen haben. Das ist ja überhaupt kein Problem. Lass mich selber. Du weißt ja, meine Schulter, meine Schulter. Das mache ich dann selber. Selbstverständlich. So, jetzt haben wir XL. Hier natürlich jetzt das Modell in diesem schönen Blau. Das siehst du, das ist fantastisch. Das Gelb sieht aber auch gut aus. Ja, steht dir gut. Ich bin jetzt überrascht. Also, das ist XL. Das wäre jetzt meine Größe, wenn Sie ungefähr meine Figur haben. XL bestellen, wenn Sie ein bisschen, so ein bisschen mehr Volumen haben, dann XXL. Nur, dass wir das mal geklärt haben. Klasse. Steht dir ausgezeichnet, muss ich sagen. Ich bin jetzt überrascht. Das schöne blaue Modell. Jetzt innen in fantastischem Grau. Man sieht hier auch sehr schön gerade die Innentaschen. Also, Sie haben auch hier innen noch mal eine große Tasche und eine Reißverschlusstasche, so dass Sie auch hier mal dann dementsprechend das Portemonnaie gut verstauen können. Also, zwei Innentaschen. Auch hier alles schön abgesetzt. Schön finde ich hier auch die Bündchen an den Händen, so dass hier dann kein Wind reinziehen kann. Das ist ganz toll gemacht. Die Jacke auch hier. 90 Prozent Daunenfüllung und dann 10 Prozent Federn. Das heißt, ein ganz leichtes, ein sehr anschmiegsames Material. Die ist kuschelzart, auch von außen. Wirklich sehr angenehm zu tragen, das Ganze. Eine tolle Verarbeitung, muss ich sagen. Und selbstverständlich unglaublich pflegeleicht, denn Sie können diese Jacke einfach in die Waschmaschine schmeißen, können die bei 30 Grad waschen. Die ist aus Trockner geeignet. Da einfach dann in den Trockner rein, vielleicht noch so ein kleines Tennisball oder einen von diesen Wäschebällen mit rein, damit die Daune dann wieder schön fluffig wird. Dann können Sie die aus dem Trockner holen und gleich wieder ansehen. Das habe ich neulich erst gesehen in der Fernsehsendung. Unglaublich, wenn man Daunenbettwäsche oder Daunenjacken wäscht, drei Tennisbälle mit rein, gerade auch beim Trocknen und beim Schleudern, also im Prinzip beim gesamten Waschvorgang, die sind dann richtig fluschig wieder. Wir haben auch so spezielle Wäschebälle im Programm. Die können Sie selbstverständlich auch bestellen, wenn Sie die brauchen, überhaupt kein Problem. Hier sehen Sie jetzt gerade eingeblendet, Größe L in blau, 66,41 Euro. Ein Wahnsinnspreis für diese tollen Jacken. Die sind ja momentan richtig in, also ich war mal in der Stadt unterwegs, habe extra mal geschaut, die ganzen großen Markenhersteller, die haben diese Jacken auch, diese Sommerdaunenjacken im Programm. Die rufen aber Preise auf, die sind wirklich nicht ohne. Also ich habe da Jacken zum Teil gesehen, für 250, für 300 Euro. Und ich finde, so eine Jacke sollte man einfach haben, weil sie wirklich für den Übergang perfekt geeignet ist, auch zum Mitnehmen halt, durch dieses kleine Zusammenpacken. Aber man möchte ja nicht so viel Geld ausgeben. Nee, eben nicht. 66,41 Euro. Und jetzt gerade Beispiel, mir ist das zum ersten Mal aufgefallen. Ich war letztes Jahr, ich bin ja Sportclub Freiburg-Fan, war ich im Winter im Stadion und hatte dann meine schwarze Daunenjacke an und war dann überrascht, wie viel so eine Step-Daunenjacke alle tragen. Aber da habe ich gedacht, die meisten haben viel, viel mehr bezahlt, weil über 100 Euro ist keine Seltenheit für so eine tolle Jacke. Jetzt sind wir beim blauen Modell. Auch das hat alle Vorzüge, wie die schwarze, auch wie nachher die gelbe, auch die Größe. Nur die Bestellnummern sind natürlich anders, aber wir haben hier von Größe S wieder bis XXL, Unisex, also für Männlein, als auch für Weiblein, bestens zu tragen. Und von mir, und ich denke auch von Kati, eine absolute Kaufempfehlung, weil es so leicht ist, aber so warm. Definitiv, ich habe sie ja schon gekauft und nicht nur für mich. Und ich muss dann auch gleich nochmal die blaue in einer großen Größe für meinen Bruder mitnehmen. Der war total begeistert. Er sagt, oh, das ist so ein tolles Blau, brauche ich auf jeden Fall. Wie gesagt, meine Freundin hat sie in Gelb, und ich habe sie selber in Schwarz. Eine super Jacke und für den Preis wirklich fantastische Qualität, muss man ganz klar sagen. Also, ich glaube nicht, dass wir die alle selber hätten, wenn das jetzt irgendwie etwas nicht Gutes wäre. Also, sie ist wirklich fantastisch, auch hier nochmal mit der Kapuze. Die Kapuze können Sie ganz einfach mit dem Reißverschluss abtrennen, wenn Sie das möchten. Vorne an der Kapuze nochmal die Druckknöpfe, um die auch schön zu verschließen. Da kann man sich so richtig schön einmuscheln, wenn man möchte. Also, eine ganz, ganz tolle Jacke, auch ein fantastisches Geschenk. Hier die Größe nochmal in der Übersicht. Das ist die NX 7160 und die 569, bitte nicht irritieren lassen hier, 569, immer nicht die 560, Größe S, bis zur NX 7164 und der 569, egal welche Größe, der Preis ist immer gleich, 66 Euro und 41 Cent für Blau. Und ich bin jetzt selber unglaublich überrascht, dass mir Gelb, ich hätte es nicht gedacht, dass Gelb eine Farbe ist, die mir steht, aber ich finde, sieht gar nicht so schlecht aus, sieht sogar gut aus. Gelb ist auch eine Farbe, an die könnte ich mich gewöhnen. Ja, steht hier wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Hat so was Frisches. Und hier sehen wir jetzt auch die gelbe Daunenjacken. Bei der Diana sieht natürlich auch richtig schön aus. Ich finde auch gut, dass das hier mit diesem Braunton dann abgesetzt ist. Dazu auch für eine Daunenjacken, zum Beispiel ein toller Goldschmuck, vielleicht eine schöne Uhr mit einem braunen Armband, ein paar braune Stiefel. Das sieht sofort unglaublich schick und elegant aus. Das glaubt man gar nicht, aber es macht es wirklich sehr, sehr schön. Auch hier eine fantastische Qualität. Sie sehen das natürlich jetzt in den Herbst hinein, wo man dann mal so eine leichte Übergangsjacke braucht, die aber wirklich dann auch im Fall eines Falles unglaublich warm hält. Da sind sie hier bestens. Und was ich auch schön finde, die schließt bis oben zum Hals. Das heißt, du sparst ja eigentlich im Prinzip auch den Schal. Schal nur noch als modisches Axis wahr. Und was mich besonders begeistert, das muss ich noch mal erwähnen, sind die Reißverschlüsse. Innen als auch an den Außentaschen. Autoschlüssel in die Jackentasche. Da hat man oft mal Angst, oh, den verliere ich. Ja, Reißverschluss zu, dann verlieren Sie es nicht. Geldbeutel rein. Oder Innentasche, das Smartphone rein. Reißverschluss zu, dann ist das Ganze bombensicher. Eine Jacke, die begeistert, egal für welche Farbe Sie sich entscheiden. Und auch hier bei der gelben gilt, verschiedene Größen von S bis XXL für gerade mal 66,41 Euro. Richtig schön kuschelig. Deshalb bitte schnell in die Leitung gehen. Die großen Größen sind gerade stark nachgefragt, vor allem auch bei der schwarzen Jacke, die wir Ihnen gezeigt haben. Da bitte dann auch dementsprechend schnell bestellen. Die schwarze in der großen Größe XL, XXL ist immer schnell vergriffen. Deshalb da auch jetzt bitte schnell in die Leitung gehen und direkt zugreifen, wenn Sie das schwarze Modell haben möchten. Ich glaube, ich schlage noch mal zu. Ich glaube, die gelbe hole ich mir auch. Dann hast du ein bisschen Abwechslung. Das ist so ein bisschen Farb. Gerade wenn du mal in Skigebiete gehst oder irgendwo in Schnee, ich glaube, da ist gelb mal eine ganz erfrischende Farbe, oder? Ich finde es auch. Es macht einen sehr schönen Tint, und du mit den dunklen Haaren, das steht ja auch ganz fantastisch. Also sieht sehr, sehr gut aus. Gefällt mir gut. Hier sehen wir auch noch mal das gelbe Modell. Die sind selbstverständlich unisex, das heißt für die Dame, für den Herrn gleichermaßen geeignet. Ganz, ganz toll. Sie können selbstverständlich auch gleich zwei Farben bestellen, wenn Sie möchten. Die ist wirklich richtig, richtig schön, wärmeisolierend, selbstverständlich und unglaublich leicht. Sie werden begeistert sein, wenn Sie die das erste Mal in den Händen halten, wenn Sie die hochheben und denken, die wiegt ja fast gar nichts. Und dann mit diesem kleinen Säckchen, um die wirklich dann auch mal ruckzuck zu verpacken, um die mitzunehmen, gerade wenn Sie vielleicht auch in den Urlaub fliegen, man hat immer das Problem, was ziehe ich an, wenn ich dann wieder aus dem Flieger aussteige, wenn ich mit dem Flieger gelandet bin, da brauche ich eine Jacke oder auch im Urlaubsgepäck. Man möchte keine große, schwere Jacke mitnehmen und da ist dieses Modell ideal, weil Sie die einfach sehr schön mit diesem kleinen Säckchen dann zusammenpacken können. Dann wird es klein und kompakt, kann man irgendwo an den Rucksack, an die Tasche einfach dranhängen. Ja, da nimmst du überhaupt keinen Platz weg und wenn Sie dann ein Jäckchen brauchen, zack, übergezogen. Hier sehen wir nochmal wunderschön dieses gelbe Modell, ganz schmeichelweich. Hier diese Steppnähte, die hier eingearbeitet sind, auch ganz, ganz modern wieder. Das ist ein richtiger Klassiker aus der Mode, diese Steppnähte, die man hat. Aber das hier natürlich als Klassiker sehr schön umgesetzt, hat einen modernen Touch. Müssen wir nochmal ausdrücklich sagen, 90% Daunenfüllung, auch bei der gelben, nur 10% Federn. Größe S hat die NX 7165 und die 569 bis hin zur Größe XXL, die NX 7169 und der 569. Wenn Sie jetzt eine Größenorientierung brauchen, nochmal schauen Sie Kati an. Kati trägt jetzt gerade S, auch Diana trägt die Größe S. Ich trage jetzt im Moment XL und eine Nummer größer, also ein Bauchumfang mehr, hätte noch Platz für die XXL. Das würde dann auch gehen. Also schätzen Sie sich selber ein. Ich meine, Sie wissen Ihre Kleidergröße, wenn nicht meine Herren, fragen Sie Ihre Frau, die weiß sie sicher. Ja, auf einen sehr grössenecht aus, muss man sagen, wunderschön einfach. Entscheiden Sie sich für eine Farbe, vielleicht mal wirklich einen schönen Gelbton nehmen. Ralf war überrascht, dass ihm das Gelbe so gut steht. Ich mag blau sehr gerne, habe privat mir die schwarze nach Hause geholt. Suchen Sie sich eine Farbe aus, wählen Sie die Größe aus. Wie gesagt, bei den großen Größen bitte schnell bestellen, weil die sind immer stark nachgefragt. In XL, in XXL ist da immer schnell vergriffen. Ja, von mir, von Kati und auch von Diana, absolut Daumen hoch, eine absolute Kaufempfehlung. Schlagen Sie zu. Sie können auch es einzeln geben und 120, 130, 140 Euro ausgeben. Müssen Sie nicht. Für 66,41 Euro in drei schicken Farben.